Zara Zogs Abenteuer Ein Zoo kann auf seiner Reise vieles sehen und einiges erleben. Heute begleitest du Zara auf ihrer Fahrt. Pass auf, es gibt viel zu entdecken neben den Gleisen. Bereit? Los geht's! Zara Zogs Abenteuer Hier endet unsere Fahrt. Erinnerst du dich an alles? Was hat Kasimir Krähe getan? Sprach er mit Betty Blume? Wusch er den Elefanten? Lachte er mit Paul und Fiona? Oder war er fischen mit Fred? Richtig! Kasimir war fischen mit Fred. Noch ein Rätsel. Was hat Tom Traktor getan? Sprach er mit Bernd? Erntete er sein Heu? Kuschelte er mit der Katze? Oder vertrieb er Vögel vom Feld? Genau richtig! Tom hat sein Heu geerntet. Danke für dieses Abenteuer, Zara. Gut gemacht!